So, weiter geht's. Wir haben immer noch die Orangene da unten, seht ihr? So, und die geben wir jetzt mal ab. Und dieser Musiker ist nicht da, wie es aussieht? So, hi. Wir haben die Orangene Zutat. Schwing! Oh, so schnell, toll. Auf die Hammer haben wir es wirklich verlasst. Boss ist bei euch. Was bin ich froh, dass ihr ihn gefunden habt. Wir haben viel durchgestanden, um diese Orangene Zutat zu bekommen. Ehrlich, da waren Bäume, Flüsse und am Ende auch noch. Also gut, lasst uns einen schönen Regenbogenfarben zaubern. Schwing! Sing! Aufgepasst! Klasse, schaut, wie groß der Regen schon geworden ist. Macht euch bereit, jetzt geht's los! Ja! Okay. Die Orangene wurde in seinem Schirm gesaugt. Oh mein Gott! Lauf dich zu drehen, du dummer Schirm. Swing! Ich habe eine Regenbogenfarbe gezaubert. Die erste Farbe ist Orange. Okay. Wir sind gerade in Fahrt. Suchen wir die andere Zutat. Jawoll! Hm. Eine Lieferung. Ich habe eine Lieferung. Ein Brief! Ein Brief vom Blumenwrench für Hamtaro. Blumenwrench? Von wem mag das sein? Das ist von Cappy und Mugnus. Yay! Hallo, wie geht's... Oh, wie süß das aussieht! Oh, der Kerl da! Okay. Äh, hallo, wie geht's dir, Hamtaro? Viele Grüße von Cappy. Mugnus und ich sind auf der Blumenwrench. Wir suchen eine Sonnenblume. Vor einiger Zeit hat Chili zu mir gesagt, meine Sonnenblumen sind die schönsten. Ich bin mir sicher, dass ihr noch nie zuvor ein solches strahlendes Gelb gesehen habt. Wenn ihr die nächste Mal hier seid, zeige ich sie euch. Wenn es stimmt, was sie sagt, dann könnte eine Blüte als Zutat geeignet sein. Natur ist die reinste Form von Schönheit. Oh, Schlagzu. Ich da... Ey, wenn man bedenkt, dass das... Ey, denk mal nach, das ist ein Brief! Ein Brief! Wie zur... Ach, egal. Ich denke, eine Sonnenblumenblüte eignet sich als Zutat. Hamtaro, du musst auch zur Blumenwrench kommen. Dort gibt es überall Pflanzen. Das ist sehr beeindruckend. Ach, was. Blumenwrench, Pflanzen, logisch. Ah, da hinten ist Schlagzu, also verschwunden. Hier, bitteschön. Das ist der Brief von Kappy. Willst du etwas senden, ist es bei mir in guten Händen. Wir sollten noch zur Blumenwrench gehen. Yeah! Okay, auf zu... Warte, Moment. Wenn da oben jetzt dieser Regenbogen war... Ein Bild von... Noch nicht weit gekommen. Achso. Da, wo es jetzt dabei ist... Nein? Ja, man, noch nicht. Aber... Ne, das sind Regenbogenkässen. Schade. Ich dachte schon, das ist jetzt Regenbogen. Könnte man sich das eigentlich ersparen. Sonnenberg Blumenwrench. Yay! Hi! Hamha! Hallo, willkommen auf der Blumenwrench. Folgt dem Schilder, Sonnenblumengarten. Viel Spaß. Okidok. Ich will aber sehen, was der Vierte da macht. Und wieso komme ich da nicht hin? Pink. Überraschung! Was zur Hölle? Geht her, 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 geht her. Nein? Deine Mama hat lange für diesen Deluxe-Sticker gearbeitet. Du musst dafür 100 Sonnenpunkte sammeln. Sammel deine eigenen Sonnenpunkte, indem du Hamham-Spiele spielst. Okay. Gut. Hase! Hase, 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 Hase! Oder Kaninchen. Ich weiß es nicht. Ist mir egal. Süß. Ham. Knack. Okay. Wir brauchen mehr Hilfe. Können wir jetzt hochheben. Ähm. Überraschung. Nein. Dieser Deluxe-Sticker ist mir jetzt gerade egal. Gepäck, 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 gepäck. Nein. Machen wir mal lange Deluxe gearbeitet. 100 Sonnenpunkte. Okay. Hm. Okay. So. Wieso ist das alles so groß? Und wieso kann ich... Ah, jetzt kann ich laufen. Ham. Scheiße. Verdammt. Nochmal. Mit mehr Hilfe könnten wir es schaffen. Nein, ich habe nur falsch gedrückt. Ham. Zieht, meine Freunde. Zieht. 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 Nein. Wird nichts. Okay. Was macht diese riesige Tasse? Oh mein Gott. Was war das denn jetzt? Ich höre eine Stimme. Nie sehen. Seltsam. Hier drunter. Die Stimme. Das ist Käppi. Wir müssen ihn retten. Ham. Schwing. Wie geil war das denn? Sie ist zu schwer. Wir brauchen noch mehr Hilfe von unseren Freunden. Hau da raus, Käppi. Wir retten dich. Ich verlasse mich auf euch, Freunde. Oh, das war ja immer richtig geil. Du hältst zwei Blumenkerne. Was ist hier? Gern nichts. Was macht der? Ham. Achso, hier muss später dieser einen hin. Ich würde sie gerne treffen, aber es ist unmöglich. Es ist unser gemeinsames Schick. Achso, auf der anderen Seite ist bestimmt jemand oder so. Ham. Das ist lieb, es haben uns den Hangen hinabrutschen zu sehen. Es macht keinen Unterschied, ob sie gewinnen oder verlieren. Jeder lacht vor Freude. Hä? Was zur... Oh, wie cool! Okay, ähm... Ich brauche noch ein Hammer, um das da wegzukriegen. Noch ein Hammer, um das da wegzukriegen. Und noch ein Hammer, um das da wegzukriegen. Dann muss ich noch oben. Da hoch komme ich erst mal nicht. Du! Du hilfst mir! Ham. Ah, ne, doch nicht. Was soll ich bloß tun? Äh... Hey... Oh... Hey... Ham. Das ist derselbe. Dieses Kind. Da so hoch oben. Ich mach... Das macht mich ganz schön nervös. Oh, wie süß. Okay. Moment, ist er eben wach geworden oder so? Was zur... Ham? Was geht denn jetzt? Hä? Was haben wir da gerade versucht? Hey, was denn? Aber der da ist wach. Der ist süß. Und was will der jetzt? Ham. Sag mal, was versuchen die da überhaupt? Oh. Okay. Egal. Auf nach da oben. Zu diesem... kleinen... Knirps. Hi. Hamha. Hey. Der Anblick von hier oben ist großartig. Gefährlich. Aber was mir geht es gut, wirklich. Hey, da geht es weiter. Einspielen. Ähm. Steuerung. Links. Rechts. Niesen vermeiden? Äh. Verdammt. Tipps. Komm her, du super... Möchte gern was für dich. Lauf über die Bohle auf die andere Seite. Weiche den Staub der Schmetterlinge aus. Oder du musst lesen und fällst ihn in der Drücke an, um Niesen zu vermeiden. Kürzere Zeit, mehr Punkte. Oh. Okay. Schmetterlingsbügel. Ist geeignet? Nicht geeignet? Nicht geeignet. Okay, haben Sie da drauf. Das Allround-Talent. Fertig. Los. Go, 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 go. Ich habe Ham-Ham-Spiel zugesehen. Yay! Wartet, warum ist euch das jetzt peinlich? Wenn ihr mich fragt, ein Reiz zu spielen ist wirklich zu einfach. Hä? Moment, wurde ich gerade runter gemacht? Könnt ihr eine Menge Sonnenblumenpunkte gewinnen, oder eben nur ein paar. Bei Schmetterlingsflügeln müsst ihr euch beeilen, um mehr Punkte zu bekommen. Ich will nur sagen, dass ihr damit steckt, als ob es hier zu erreichen. Aha, Menü, Tipps bereit. Äh, Punkte erlangen. Okay, wie komme ich eigentlich an die Seiten jetzt hier da? Ach, egal. Was ist das? Nein! Wettig, fuck! Oh, das gehört mir, bitte nicht berühren. Wer ist das denn? Interessiert euch das wirklich, was das ist? Ja. Okay, aber vaters, dieses Ding nennt man Bonbon. In den Hammerspielen findet ihr euch welche... Seht ihr welche, dann schnappt sie. Schnappt euch so viel wie möglich. Oh. Okay, das ist das Hammerspiel jetzt. Holprige Rutschbahn. Ähm. Nein, erstmal noch nicht. Ich glaube, damit komme ich nämlich nach unten. Und das will ich jetzt erstmal nicht. Oh. Du schaffst es, Hammtaro. Du schaffst es. Was zur Hölle war das denn? Hammtaro, du schaffst es. Los. Komm, mein Kleiner. Du bist der Beste. Du hast die Kraft eines Bären. Du hast die Augen des Adlers. Komm schon, mein Kleiner. Und? Jawohl. Dam, 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 dam. Hammtaro. Hier ist der Ultimate. Los, mein Kleiner. Du schaffst es. Du hast die Kraft des Bären. Du hast die Augen des Adlers. Du hast die Krallen des Tigers. Und du bist ein Hamster. Komm schon. Was war das denn? Ist da hinten noch eine? Ja. Ja. Das mache ich jetzt so lange, bis ich alle habe, verdammte. Komm, Hammtaro. Du bist der Coolste. Ich glaube, ich muss einfach nur länger ziehen. Okay, dann ziehe ich eben länger. Und ich ziehe. 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 Und, was soll das denn? Okay, gibt es vielleicht einen Tipp, wie man das besser kann? Hammtaro. Achte auf deine Karotten. Sie können vielleicht nützlich sein. Das war so... Wow. Okay, ziehe ich die hier. Zieht Hammtaro kräftig? Drücke A. Achso. Oh. Ich glaube, ich verstehe jetzt, wie das abläuft. Nur wenn er so kräftig zieht. Also jetzt. Ah. Oh. Das ergibt Sinn. Okay. Gut. Merke ich mir. Ähm. Walnuss gefunden. Yeah. Und hast du das gesehen? Sie haben die Walnuss eingesammelt. Eine Walnuss kann man einsetzen, wenn man ein Hammer beim Spiel überspringen will. Meiner Meinung nach ist das zu langweilig. Ich möchte es gerne selber schaffen. Außerdem bekommt man keinen Sticker, wenn man einen Walnuss eingesetzt hat. Das wollte ich euch nur wissen. Schön weiter so. Okay. Okay. Hamha. Äh. Schaffe ich nicht. Es ist viel zu schwierig. Hamha. Hätte ich alle... Okay. Hamham spiele vor. Achso. Holpriger Rutschbahn 2. Nach links bewegen, nach rechts bewegen, bremsen. Tipps. Rutsche den Hügel hinab und weiche den Stein aus. Bremse um langsamer zu rutschen. Aber Vorsicht an den Bremsen. Versagt, wenn du sie zu häufig einsetzt. Mehr Bonbons, mehr Punkte. Okidoki. Holpriger Rutschbahn. Hammspiel. Sag mal wirklich. Hamtaros Allround Talent. Start. Fertig. Los. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Au. Okay. Los. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Verdammt, ich wollte die Dinge zusammen. Äh, äh. Oh yeah, geschafft. Was soll das da heißen? War das jetzt ein Sticker, den ich nicht bekommen hab, oder wie war das jetzt? Boah, wie viel ich kriege? Holy. Regenbogen. Und logischerweise bin ich jetzt unten angekommen. Hamha. Ich würde ihn gerne treffen, aber es ist unmöglich. Beide genau. Ja, ich brauche immer noch einen dritten Hamster. Äh, einen vierten. Du kannst mir helfen. Hamha. Äh, Sonnenblumen, äh, fast schon. Ah, Mann, ich will doch nur einen vierten Hamster. Was bringen die Steine? Drücke B. Äh. Drücke B. Er scheint das da. Lass los. Hä? WTF? Ah. Sticker. Das ist, ja, das muss man erst mal drauf haben. Baboom. Jawoll. Sticker Nummer 100, was weiß ich denn. Komm schon, ist es denn so schwer, einen vierten Hamster zu finden? Hamha. Hamha, ich bin Oberji. Oberji. Ich hab gehört, dass ein Hamster hier in der Nähe ein Gemüsegarten hat. Hm. Nur welche Richtung? Ja, vielleicht nach da. Oder so. Was ist ein Vogel? Der pennt. Hamha. Hm. Ihr Hammer, ich frage mich, wer es sein könnte. Hol ihn deswegen. Wir gehen in den Sonnenblumenwarten. Verstehe, verstehe. Fällt mir ein. Oh, was wollte ich? Hab's vergessen. Ich hab nur Spaß gemacht. Mein Lieblingsplatz für ein Schläfchen in der Nähe. Äh. Hoppelt die Stufen hinauf. Man sieht eine bequeme rote Bank. Darauf kann man wunderbar schlafen. Hm. Wenn ich so an die Bank denke, ich sollte gehen. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.